Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade ist ein mega fetter Trailer für ein neues Event in Apex Legends rausgekommen. Den Trailer dazu zeige ich euch auch gleich. Am 14. Januar geht's los. Das Event nennt sich Grand Soiree Arcade Event mit sieben verschiedenen Spielmodus, die aller zwei Tage wechseln. Sollte ich demnächst mehr Einzelheiten zu diesem Event haben, abonniert meinen Kanal. Bei mir bekommt ihr immer die aktuellsten Informationsvideos über Apex Legends Tipps und Tricks. Und jetzt stelle ich euch alle Spielmodus mal ganz schnell durch oder beziehungsweise stelle ich die euch vor. Und zwar das erste Event nennt sich Gold Rush Duo. Ihr spielt quasi im Duo Modus und in diesem Modus gibt es nur goldene Waffen zu finden. Absolut geil. Der zweite Modus wird der Third Person Modus sein. Wie ich es schon mal vorausgesagt habe, es gibt einen zweitägigen Modus, wo ihr Only Third Person in Fortnite Manier rumzocken könnt. Richtig edel. Dann gibt es ein Armed and Dangerous. Den meisten von euch wird das sicherlich was sagen. In Season 2 gab es diesen Spielmodus auch schon mal, diesmal aber auf der neuen Map. Und zwar seid ihr Only mit Sniper und Shotguns unterwegs und es gibt nur weiße Westen bzw. weiße Rüstung zu finden. Der vierte Modus ist der Kings Canyon After Dark. Ganz normaler Spielmodus, aber im Dunkeln auf dem Kings Canyon. Freue ich mich mega drauf. Dann der fünfte Modus ist der Dummies Big Day nennt sich der Modus. Der spielt ja scheinbar ausschließlich gegen Dummies und das ist sogar richtig viele. Seht ihr gleich noch im Trailer. Absolut geil. Der vorletzte Modus heißt Live Die Life. Funktioniert wie folgt. Ganz normaler Spielmodus. Nur wenn ihr sterbt bzw. wenn ihr drauf geht, werdet ihr in der nächsten Runde, quasi wenn die Zone kleiner wird, gespawnt. Auch richtig geil. Und das letzte Event oder der letzte Spielmodus, der klingt mega interessant, der nennt sich Always Be Closing. Der Ring bewegt sich quasi dauerhaft und wird dauerhaft kleiner. Der stoppt nicht die Zone, sondern von Anfang an wird er immer kleiner und kleiner. Der Modus wird richtig geil. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer mit richtig vielen fetten Skins. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben schon mal da. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Wie gesagt, gibt es weitere Updates zu diesem Event. Seid ihr bei mir richtig. Allgemein auch gibt es von mir immer täglich Infovideos, Tipps und Tricksvideos. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Trailer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lass uns die Wunsch und dann fight. Looks like Watson hat ein bisschen Spaß mit dem Ring. Das sollte man sehr spannend sein. Everybody looks so fancy, which ist ein Fancy-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way. Funky-Fresh-Gear-Crypto.